So, YouTube, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin euer Zaki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu The Forest in The Forest. Wann, Blödsinn, was? Wir haben nix gesagt. Ups. Ups. Habe ich die Karte schon? Natürlich nicht. Hey, was ist denn da los? So, in der letzten Folge war alles kacke und in dieser Folge wird es noch schlimmer. Super. Ne, ähm, Plan ist heute, wir werden ein paar Bäume fällen. Wir werden ein paar Bäume fällen. Wir werden versuchen, den Dreck hier voll zu machen. Damit ich jetzt schon anfangen kann, die Wasserbase zu bauen, ne? Was ist der Plan? Ich will nur kurz hier die Falle aktivieren. Aktivier die Falle. Es wird schon dunkel. Das ist aber blöd. Man sieht ja gar nix. Ich hätte warten müssen, glaube ich, bis die Sonne wieder aufgeht. Man sieht echt nix. Treffe ich den Baum überhaupt? Natürlich. Natürlich, du bist aber... Ich hab keine Hassdauer mehr. Fällt der jetzt? Aber wie oft muss ich denn da draufhauen? Ah, jetzt da. Oh, jetzt sehe ich wirklich gar nix. Wenn der jetzt was mein Kopf-Dings und da tut... Warum ist es so finster worden auf einmal? So. Ne, das geht nicht. Warte kurz. Ich muss pennen gehen. Ich sehe überhaupt nix. Ich weiß nicht, wo ich lang renne. Hier ist ein Stein. Glaub ich schon. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Nass. So, warte mal. Wir gehen pennen. Ah, komm, Brudi. Ah, dreh. Nein, 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 nein. So. Oder? Nein! So, okay. So funktioniert's. Ich hoffe, ich kann pennen. Das ist so schnell finster worden. Nein, ich kann's nicht. Blödsinn. Warum kann man jetzt nicht pennen gehen? Kannst du mir das verraten? Oh, das wollte ich gar nicht. Mann, ist denn das eine fertig? Oder wie viele brauche ich dafür? Boah, echt so viele 15. Ich überlege jetzt, ob ich nicht vielleicht warten soll. Bis ich pennen kann. Ich hab keine Stimme mehr. Warte, Bruder. Ja, dauert nicht lang. Ein paar Minuten noch. Da war es nicht verkehrt, wenn das geht. Hoffentlich geht's. Wäre egal, wenn das funktioniert. Oh. Na, ich hab's gesehen. Hier ist es. Wo ist es? Hier ist es. Ist das möglich? Hier auch noch. Aber dann kann ich nicht mehr oben stehen, gell? Bräuchte ich das größere Floß eventuell? So, hier. So. Hier dran. Nein. Hier wird gehen. Aber ich glaub nicht, dass ich das dann noch verwenden kann. Richtig. Oder? Oder? Ich denke nicht, dass ich's dann noch verwenden kann. Wir probieren's einfach aus. Na komm, Bastik ist noch. Die haben wir schnell zusammen. Wenn ich was sehe. Natürlich! Oh Gott! Bruder! Hahaha! Das war lustig. So. Was passiert? Nichts. Ah, jetzt kommt irgend so ein fetter. Boy, und ich sehe nichts. Verstehst? Egal, ich hab gespeichert. Soll er kommen. Soll er ruhig kommen. Hab kein Problem damit. Uh, schnell, nehmt man. Und lauf! Lauf! Sie kommen! Oh ja, da ist er. Oh ja, da ist er. Und dann baue ich mal fertig. Und dann baue ich da eh nur ne Hütte dran. Das wird's sein. So werden wir's machen. Hätte ich gesagt. Ich geh kurz pennen und dann sind die auch weg. weg. Ich denke, das ist der Plan, oder? Ich denke, das ist der Plan, oder? Wir bauen da nur ne Hütte hin. Eigentlich würde ich jetzt gern noch was erleben. Na, siehst du? Das wird dann problematisch. Ich müsste mich dann direkt so hinstellen. Ah, das wird schwierig dann. auch's der Plan, oder? Müssten hier nicht irgendwo noch Baumstämme sein? Natürlich hier. Die Stickies waren auch noch hier. Aber nur einer? Nein, müsste noch einer sein. Bruder, wo bist du? Keine Ahnung. Nein, da fehlt noch einer. Fuck. Obwohl ich hab den ja, oder? Ich war nur zu nah dran vielleicht. Ah, perfekt. So. Müssen wir gleich ausprobieren, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke nicht. Schlag den Baum. So, Bruder. Mal rein damit. Oh, und dann kann ich hier paddeln unter dem Holz. Oh, das funktioniert. Probieren wir es aus kurz. Oh ja, easy. Das geht. Das ist ja geil. Okay, so könnte es schneller gehen. Ja, loved. Loved. Wo habe ich denn jetzt? Hier. Und hier. Boah, Bruder, jetzt hat es mich gerissen. Es ist so schlimm mit den Kopfhörern. Ich hab das zu laut. Nein, ich hab Angst. Ach, Gott, vergiss ich. Bitte. Ich bin heute so dämlich wie immer. Nicht nur heute. Sonst auch immer. Na, Kopf, hallo. Bruder, hier rüben hin. Hier rüben. Hier rüben hin. Hier kommen die rüben hin. So, du musst nach rüben hin. Hier rüben hin. So, zwei Bäume. Das ist nie gut. Das bedeutet, die Viecher kommen wir gleich. Und das, wir müssen uns daran halten. Ich kann hier nicht mehr. Okay. Gut. 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 Los. Platz hier. Genau hier. Hier. Das war's. Mehr geht nicht. Na, pass auf. Pass auf, dann müssen wir das kurz anders machen. Wir müssen die kurz... kurz verwenden, alle. So, Parking. Action. Perfekt. So, gib mir hier. Zack. Hier. Zack. Wieso mache ich das immer so? Schwarz, ne? So, gut. Eins fertig. Das nächste, please. Das nächste. Nein. Oh Gott. Ich habe es versaut. Bis zum. Rückwärtsgang. Brüdi, 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 Brüdi. Müssten hier noch nicht irgendwo noch Stämme sein? Oder verdurre ich mich hier ein bisschen? Stickies kann ich auch sehr gut brauchen. Und der Baum muss weg. Der Baum muss definitiv weg. Na, was ist jetzt? Bin ich müde? Ich hab fast nix gekackelt. Wie kann ich jetzt schon müde sein? Oh, fuck. Ich glaub, ich hör den. Ich glaub, so ein Riese kommt. Ja, 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 ich hör ihn stampen. Stampen. Stampfen. Da ist er ja. Da ist er ja. Die Renate. Die geile Sade. Bruder. Komm. Ich bin voll im Arsch. Ich steck voll fest. Ich bin sowas voll im Arsch. Das juckt niemanden, was du hier vorhast, Bruder. Boah. Ich komm hier nicht hoch. Da hab ich ein Glück, dass der Typ mir grad nix macht. Boah. Das sind zu viele. Da, der Fette hier. Ja, der ist richtig dick. Da auch noch. Es ist unglaublich. Mal schauen, ob ich den treffe. Voll in die Ritze. Es juckt ihm aber nicht. Aber ich könnte schwören, ich hab voll seine Ritze erwischt. Wenn die Pisa wenigstens in die Falle rennen würden, wär mir schon geholfen damit. Das ging voll daneben. Na. Da. In die Falle rein. Super. Der ist tot. Ja, Bruder. 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 Statt mir so eine Arschritze an. Die gigantisch ist. Wow. Boah. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich lauf weg. Ich kann ihn doch nicht holen. Fuck you. Man muss einfach abhauen. Ich komm nicht hoch. Ich überfahre dich einfach. Oh, ich kann fliegen. Brudi. Bin ich jetzt safe? Kommst du mich mal wegschmaßen? Habe ich ihn nicht erwischt? Warum nicht? Mein Pfeil geht, glaube ich, gar nicht zur Wahrheit. Kann das zahlen? Aber jetzt, oder? Ich könnte schwören, dass ich ihn dauernd treff. Komm. Lass mich fliegen, Bro. Jo. Jo, dankeschön. Oh, das ist ja geil. Das war gut. Das hast du gut gemacht, mein Freund. So, ich brauche noch dreimal Stämme. Müssten hier eh irgendwo liegen. Oh, nee. Da ist ein Haar. Fuck, Bruder. Was machst du hier? Nee. Leute, wir haben 18 Minuten erreicht. Ich finde, es ist eine gute Zeit, um Schmisch zu machen. Ich weiß, heute wieder nichts Großartiges passiert. Aber es kommt wieder. Es kommt noch. Es kommt noch. Es ist einmal wichtig, dass wir uns die Base aufbauen. Und dann schauen wir weiter. Hätte ich gesagt. Okay, gut. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für's Zusehen. Macht's das gut. Haut rein. Und immer brav sein. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.